So, jetzt müsste aber die Aufzeichnung laufen. Habt ihr die Info gekriegt? Jetzt. Okay, jetzt, okay, hat ein bisschen gedauert. Genau, also ich habe so eine Kleinigkeit von der Plattform selber, weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich habe einen Beitrag geschrieben. Vorher sah ja die Benutzeroberfläche von Connect so aus, da war hier oben diese Navigation, was nicht für jeden so super intuitiv war. Und um das zu erklären, hat man oben noch so einen Banner drin und mit Discourse, das ist die Software dahinter, 3.0, kam die Möglichkeit, so eine Links-Navigation zu machen. So wie man das aus vielen anderen Tools gewohnt ist, LinkedIn, Data Explorer, Outlook. Und das haben wir jetzt im Prinzip aktiviert. Das heißt, man hat hier die Möglichkeit, da haben wir jetzt so ein paar Kategorien auch hervorgehoben und hat da halt die Einsprungspunkte. Da kommt der Alex noch, servus. Hallo Alex. Hat hier so ein paar Einsprungspunkte, was die Themen angeht und kann eben auch, das kann man hier sehen, da haben wir jetzt noch nicht viel genutzt, Schlagwörter hochpinnen. Also wenn man jetzt sagt, irgendwie sowas wie LostCon steht gerade an, dann pinne ich das Schlagwort hoch und dann ist quasi hier der Tag in der Navigation und so kann man recht dynamisch diese Navigation hier bestücken. Also ich hoffe, dass das so ein bisschen intuitiver wird, als das vorher war. Ich habe gerade Alex erzählt, die Connect hat so ein paar neue Funktionen und Aussehen bekommen, da gibt es einen Blog. Das zweite, wo ich gerade am Testen auch bin, es gibt jetzt auch einen Echtzeit-Chat. Das sieht man schon hier mit Benedikt und Carsten, bin ich da schon am chatten. Der hat ein Potenzial, eventuell Co-Chat, also das Rocket-Chat abzulösen. Das war so die Beobachtung, dass so eine Community-Plattform, das sind ja doch eher so ein bisschen wie so ein ESN, die Posts. Also so diese ganz kurze Abstimmung, sich mal schnell einen Link zu schmeißen, macht man da nicht. Und dafür hat man ja das Rocket-Chat, aber letztendlich hat man dann quasi Rocket-Chat und die Connect-Plattform sind auch wieder zwei Welten. Und jetzt bin ich da gerade mit dem Carsten, weil mit dem bin ich auf Co-Chat am intensivsten immer am Diskutieren und hin und her schreiben für LernOS Core, eben am Testen, ob das so für uns auch taugt, ob die Push-Notifikationen in der Discourse-App, ob das ähnlich ist wie bei Rocket-Chat. Und wir haben gesagt, wir lassen uns da mal das erste halbe Jahr, um das auszuprobieren und dann gegebenenfalls das Co-Chat quasi einzustellen. Ich weiß nicht, ob es da, ja, Marcel macht Daumen hoch. Ich finde es cool an sich als Chat-Plattform, aber es ist halt quasi noch ein Kanal mehr. Also wenn man den reduzieren könnte, wäre nicht verkehrt. Genau, dann hatte ich hier mal rein, der Community-Kalender ist frisch bestückt. Da ist der ja mal oben angepinnt. Da habe ich mir jetzt mal auch aufgeschrieben, ich gucke jetzt immer, wenn Veranstaltungen zu Ende sind. Und es gibt Doku davon, dass ich die Doku da drin auch verlinke. Da ist jetzt auch gerade, sind die Slides vom Teams-Community-Day erschienen. In dem Kalender vom letzten Jahr, da war das Yammer Community-Festival, dass man sozusagen nicht nur das als Ankündigung nutzen kann, sondern so ein bisschen auch als Archiv. Und das würde ich dann auch bei den Community-Calls machen, dass ich die Recordings dahinter verlinke. Da muss man nicht irgendwie, wenn man nachgucken will, was war im letzten Monat, irgendwie die ganze Timeline zurückblättern, sondern hat das quasi in einem Blick. Und da könnt ihr, wenn ihr wollt, mal drüber schauen, ob da noch irgendwas fehlt. Also jetzt, Andreas, sowas wie Knowledge Camp mit dem Save the Date. Ist das da nicht drin? Ich dachte, die hat es schon reingeschrieben. Ist noch nicht drin. Doch, hier. Nur verlinkt ist es noch nicht. Da war der Post noch nicht da. Also die Sachen stehen da drin. Der Beitrag ist aber auch in einem Wiki-Modus. Wiki-Modus bedeutet, das kann jeder bearbeiten. Also wenn ihr jetzt sagt, da gibt es Events, die fehlen irgendwie. Die gerne eintragen. Das sollte halt schon irgendwie so Connect LernOS Bezug haben. Also die Idee ist schon, dass das ein gewisser Filter ist und nicht da irgendwie jedes Thema drin ist. Aber das ist nicht auf mich beschränkt. Die Seite kann jeder bearbeiten. Genau, da ist auch dann gleich, ich weiß nicht, ob das für euch eventuell relevant ist. Wir haben ja letztes Jahr den Jam wieder aufleben lassen. Der ist jetzt quasi immer zwei Wochen versetzt zum Community Call. Das heißt, 38. Jam ist am 17.2. Und der wird das Thema haben, Wikis versus SharePoint Online. Also das ist so im Kontext Modern Internet, haben ja viele noch aus Enterprise 2.0 Zeit entweder so ein Confluence oder ein Media-Wiki oder Doku-Wiki in der Infrastruktur rumfliegen. Und parallel kommt irgendwie SharePoint Online eingebogen. Und jetzt gibt es natürlich einige, die sagen, okay, mit dem SharePoint kann ich natürlich überhaupt kein Wiki machen. Und andere, die sagen, warum sollen wir irgendwas fünf-, sechsstelliges Lizenz an Atlassian bezahlen, wenn wir doch jetzt SharePoint haben. Und da hat der Siemens, das Collaboration Team, die haben so ein White Paper gemacht, Requirements for Collaboration Platforms, wo sie das sozusagen genau mal analysiert haben. Also was für Anforderungen habe ich an so eine Plattform Content zusammenzutragen. Und dann haben sie verglichen Confluence, SharePoint Online, die Wiki-Funktion von Teams, die jetzt ja abgekündigt ist, die fliegt jetzt raus im Februar. Ich nehme einfach nur ein OneNote-Notizbuch und diese alte Wiki-Library, die es von SharePoint noch gab, also die fünf. Und der Carsten wird quasi in der ersten Session-Runde das White Paper mal vorstellen. Der ist auch hier in Nürnberg, also kommt hierher, ist auch früh schon da. In der zweiten Session-Runde wollen wir mal gucken, was man da so als Entscheidungsschrägstrich Argumentationshilfe rauslösen kann. Weil, wie wir so mitgekriegt haben, in einigen Firmen wird da jetzt eben argumentiert, eher um Geld zu sparen. Aber mit sachlichen Argumenten, dass man da sagen kann, wenn wir jetzt da so ein Confluence rausschmeißen, hätte das die und die Nachteile. Genau, und vom Modus, was ich jetzt schon mal erzählt beim Community Call, wir machen früh jetzt immer so ein offenes Coworking. Also wer hierher kommen will, da waren letztes Mal zehn Leute hier vor Ort, haben wir da alle möglichen Themen gehabt. Früh essen dann zusammen, Mittag und am Nachmittag gibt es halt zwei Session-Runden und dafür gibt es eine Einwahl in Teams. Also da kann man auch remote in die Sessions rein. Genau, da sehe ich den Gerd noch. Servus, Gerd. Hi, hi, ich bin im Zug und habe relativ schlechte Verbindungen, also ich bin nur so ein passiver Zuhörer, so wie die Verbindung steht. Trotzdem schön, dich zu hören. Ja, freut mich auch. Genau, dann gibt es Loscon 23, da hat heute das Orga-Team sich das erste Mal getroffen. Es gibt schon, und Marcel ist dabei übrigens, genau, einen Post zu dem Motto, Crafting Learning Environments ist das. Ich habe mal so einen Blog geschrieben, wo das so ein bisschen hergeleitet ist. Wo kommt das her, was ist da inhaltlich hinterher zu verstehen? Wenn ihr wollt, könnt ihr den mal in einer ruhigen Minute mal durchlesen. Und, Moment, da zeige ich euch auch noch kurz den Blick ins Orga-Pad. Wir haben wieder ein sehr potentes Orga-Team. Benedikt, der Christian von der DATEV, Gabriele ist neu dazugekommen. Karl-Heinz ist wieder dabei, Magnus ist dabei, Oliver Ewinger, ich bin dabei. Die Susan ist wieder mit dabei, Marcel ist neu mit dazugekommen. Nicole Denzel ist wieder mit dabei, die Sandra Richter ist jetzt mit ins Orga-Team. Und der Max von der Post in der Schweiz. Also, da sind wir, glaube ich, ziemlich gut unterwegs. Das war auch heute, also, wir hatten ja, kann ich in dem Connect-Post für den Community Call auch noch verlinken. Wir haben eine recht ausführliche Retro gemacht. Da kamen so elf Punkte raus. Die Kernlessons learned aus dem letzten Mal, die wir jetzt quasi auch in die Planung mit reinnehmen. Wir haben so grob gesagt, was bleibt gleich, was wird anders. Programmstruktur bleibt im Wesentlichen. Der erste Tag wird ein bisschen von Content befreit und ein bisschen mehr Interaktion hybrid. Verletzen, Kennenlernen, Interaktion. Bei den Inhalten wollen wir so ein bisschen schauen, dass es Lern-OS-nahe Inhalte alles sind. Weil es gibt genug andere Veranstaltungen, wo dann generisch was zu künstlicher Intelligenz oder Metaverse oder JetGPT stattfinden kann. Also, da wollen wir gucken, dass das wirklich nahe an den Lern-OS-Kernthemen geführt wird. Das Hybrid wollen wir verfeinern. Also, das war schon ein ganz guter Aufschlag letztes Jahr. Aber da gibt es viele Ideen, was man da mehr machen kann, besser machen kann. Insbesondere eben auch, dass die Online-Gruppen, so ähnlich wie letztes Jahr die Gruppen vor der Burg standen und ihren Wein getrunken haben oder ihr Bier, dass das auch online besser passiert. Also, da werden wir einen eigenen Arbeitsstrang draus machen. Toolstack bleibt im Wesentlichen gleich, weil die einzelnen Tools ziemlich gut auch bewertet wurden. Wir werden bei der Chat-Plattform von Slack auf Discord gehen und das mal ausprobieren. Genau. Und wir werden, das kann ich vielleicht auch kurz zeigen, dieses Thema Twitter-Wall. Zu Twitter sage ich jetzt nichts. Da hat man ja am letzten Community-Call schon lange gesprochen. Also, grundsätzlich ist der Punkt, Twitter ist so ein bisschen verbrannt und trotzdem ist aber so eine Social-Media-Wall ganz cool. Und es gibt im Chaos Computer Club, da werden bei den Veranstaltungen in den Räumen, wird immer ein Tool verwendet, das heißt Info-Beamer. Und das spielt ja sozusagen, wenn gerade auf der Bühne nichts läuft, Tweets rein. Was ist der nächste Programmpunkt, der hier läuft? Das kann Webseiten anzeigen, das kann Bilder anzeigen, das kann Videos anzeigen. Ist also viel umfassender als jetzt so ein Werkzeug wie Walls.io oder so, was dir nur eine Twitter-Wall macht. Walls.io, wenn man nicht gemeinnützig ist, finde ich unverschämt teuer. Also, da bist du irgendwie so ein paar hundert Euro irgendwie los für ein Event. Und Twitter hat ja gestern angekündigt, dass sie die Twitter-API V1.1 und V2 kostenpflichtig machen. Das heißt, da muss man jetzt erstmal gucken, die ganzen Tools, die auf diese Streaming-API zugegriffen haben, gibt es die dann überhaupt noch? Und wenn ja, was kosten die? Im Zweifelsfall werden die Preise da noch teurer. Aber deswegen hatte ich jetzt so letzte Woche, letzte vorletzte Woche schon mal angefangen, mir dieses Info-Beamer ein bisschen genauer anzuschauen. War dann auch recht überrascht. Da gibt es nämlich, kann ich mal gerade zeigen, Mastodon, eine Sophie, die ich nicht kenne, aber die sich schon mal die Mühe gemacht hat, da sogar ein Mastodon-Plugin zu schreiben. Und, also wenn es mal interessiert, kann ich mal eine Session dazu machen. Der Grundansatz von dem Info-Beamer ist, ich gehe da mal gerade auf die Startseite, du hast sowas hier, so einen kleinen Raspberry Pi. Der hängt einfach nur im WLAN. Und der zieht sich von einer Web, also von einem Cloud-System ein Setup. Also ich habe jetzt hier ein ganz, ganz einfaches Setup, so einen Scheduler. Das heißt, der zeigt ein Bild. Alex, da bist du. Und danach zieht er sich jetzt einfach Toots von Mastodon. Da kannst du aber beliebiges reinhängen. Da können wir auch aus dem Pre-Talk-System die nächsten Talks anzeigen. Die werden dann automatisch, schaut ihr ins Programm, was steht als nächstes an. Dann steht da Raum 1, D-Session, Raum 2, E-Portfolio, Assembly, Raum 3, der Track. Und das kann ich euch hier mal zeigen. Ich habe nämlich hier so einen Raspberry dranhängen. Also das ist der HDMI-Ausgang von dem Raspberry. Und der rotiert jetzt da quasi einfach durch. Und da ist jetzt die Idee, dass wir uns einen Info-Beamer bauen für das Event, wo wir auch die Monitore in der Lobby und in den Räumen und auf der Bühne bestücken können. Und den HDMI-Input von dem Info-Beamer auch in unser Livestreaming-Setup schieben können. Und dann sieht man, wenn es keinen Stream von der Bühne gibt, eben auch diesen Info-Beamer im Livestream. Und da werden wir jetzt ein eigenes Arbeitspaket draus machen. Und das sozusagen so anzupassen, dass das für uns passt. Und zu überlegen, wo macht man da einen QR-Code rein, dass man den scannen kann und schnell irgendwie auf dem Programm ist. Dann mit dem Fotograf, dass der irgendwo von seiner Kamera ausgewählte Bilder schnell in den Next-Cloud-Ordner schieben kann. Dann sich der Info-Beamer immer das neueste Bild da holt, dass so direkt Event-Fotos auftauchen. Also aus der Not, wir nutzen nicht mehr Walls-IO, wollen wir versuchen so ein bisschen da den Schritt nach vorne auch zu machen, was die Infrastruktur angeht. Falls das jemand mal ausprobieren will, kann ich gerne zeigen. Bei Info-Beamer ist es so, man muss hier so Devices registrieren und ein Device ist immer kostenlos. Also wenn man sagt, man hat auf einer Veranstaltung nur ein Gerät, dann ist das Info-Beamer-Seite kostenlos. Und so ein kleiner Raspberry-Pico, der kostet irgendwie 30 Euro oder 35 Euro. Also das ist relativ überschaubar von den Kosten. Genau, fällt mir gerade noch ein, Losscon nochmal ganz kurz zurück. Es kam heute eine sehr gute Idee auf, nämlich das Thema, wie ist denn mit international und wie ist denn mit barrierefrei. Idee ist, irgendwie englischsprachigen Menschen oder nicht deutschsprachigen Menschen die Teilnahme zu erleichtern. Wir wollen jetzt mal versuchen, ob wir die ganzen Plenums-Sachen, ob wir da einen Simultant-Doll-Match-Up bekommen, sodass wir auf dem YouTube-Stream einen zweiten Stream anbieten können mit einem englischen Overlay. Und im Programm quasi einen Track englisch machen. Dass man da sagen kann, vorher bei den Sessions, die Leute, die sich anmelden und sagen, sie sprechen nicht Deutsch, dass man denen auch ein Voting gibt und sagt, das sind die Programmpunkte, an welchen würdet ihr gerne teilnehmen. Und umgekehrt, bei denen, die eine Session anbieten, mit Abfragen könntet ihr euch vorstellen, die auch in Englisch zu halten. Und dann könnte man quasi die Sessions, die potenziell in Englisch sein könnten und für die sich die meisten nicht-deutschsprachigen interessieren, in den englischen Track schieben. Dann hätte man quasi einen von vier Tracks Englisch. Und dann könnte jemand sozusagen durchgängig von vorne bis hinten auch englischsprachig teilnehmen. Das ist das eine. Und da gibt es auch im Chaos-Communication-Kongress-Umfeld, da gibt es immer schon Simultant-Doll-Matcher. Und da würde ich jetzt mal das Team anfragen. Das werden die nicht kostenlos machen für unser Event, aber wir haben ja da quasi, was Plenum angeht, zwei Stunden wahrscheinlich, diesen Auftakt, 13 bis 13 oder 14, 30 oder 15 oder je nachdem, ob wir da eben für die zwei Stunden jemanden bekommen. Und das Zweite, das kam dann auch noch auf, eins kam von dir, Marcel, mit Englisch. Und glaube ich, das ist auch sinnvoll, weil es ja viele Konzerne gibt, wo dann englischsprachige Kollegen dann daran teilnehmen könnten. Und das andere hat der Olli Ewinger aufgebracht, nämlich die Frage, ob wir nicht auch Gebärdensprache ermöglichen wollen. Das würde ich genauso mal anfragen. Ich habe irgendwie witzigerweise gesehen, in Teams gibt es irgendwie den, nochmal bei den Einstellungen hatte ich das vorhin gesehen. Allgemein, Benachrichtigungen. Da gibt es, ich musste das nämlich heute früh updaten, aus einem bestimmten Grund. Wartet mal, das zeige ich euch mal. Ich ziehe das mal hier rüber. Einstellungen, Zugänglichkeit. Und da ist jetzt aufgetaucht Gebärdensprache. Und ich habe keine Ahnung, was das englische Wort für Signerinnen ist. Also irgendwie würde ich sagen, das ist ein Gebärdensprachendolmetscher. Ich habe es jetzt so interpretiert, wenn ich den jetzt einschalte und wähle hier jemand aus. Können wir gerade mal probieren. Ich dachte jetzt, ich könnte jemand auswählen, der in dem Timon ist. Da muss ich mir erst mal einlesen. Ich würde erwarten, dass man dann irgendwie so eine zweite Webcam hat mit einem Picture-in-Picture, wo ein Gebärdensprachemensch, also jemand, der Gebärdensprache spricht, drin ist, wenn das ein natives Teams-Feature ist. Und wenn das so ist, können wir es einfach ausprobieren. Dann haben wir quasi überhaupt keinen Hassel mit, wir müssen selber Picture-in-Picture erzeugen oder so. Genau, also, ja, Marcel? Ja, ich sage, eine tolle Sache. Das wurde ja auch angekündigt schon. Ich wusste nur nicht, dass es so schnell jetzt auch reinkommt. Und umso besser, dann können wir es gerne ausprobieren. Ja. Ich weiß nicht, ob von euch jemand, ich bin nämlich auch zufällig drüber gestolpert, gesehen hat, es ist rausgekommen jetzt das offizielle Microsoft Teams-Plugin für Stream Deck. Das heißt, man kann sich auf das Stream Deck sowas wie klatschen, Herz, lachen und so weiter legen, aber auch Newton, Aufzeichnungen starten, Hand heben. Ja, und irgendwie habe ich das installiert bei mir auf dem Stream Deck und habe mich gewundert, warum es nicht geht. Und das lag eben daran, dass meine Teams-Version nicht aktuell war. Die war vom 28.01. Dann habe ich das Update angestoßen und in dem Zuge habe ich gesehen, dass es eben auch diese Möglichkeit gibt mit der Gebärdensprache. Aber das ist jetzt erst eine Stunde alt, deswegen habe ich es noch nicht probieren können. Also, falls ja irgendjemand Zugang hat auch zu diesen Communities, sowohl simultanen Dolmetschen als auch Gebärdensprache, einfach rühren bei uns, auch von denen, die die Aufzeichnungen hören. Das werden wir jetzt mal aufgreifen und einplanen und schauen, ob wir jemanden finden. Wenn wir niemanden finden, dann gibt es es halt nicht, aber ich fände es irgendwie ziemlich cool. So wie wir letztes Jahr halt so einen Fokus auf Nachhaltigkeit hatten, so einen Fokus auf Barrierefreiheit mal zu haben. Das fände ich schön. Genau, dann habe ich noch zwei Kleinigkeiten, die, ich weiß gar nicht, ob ihr die nutzt, die Audioaufzeichnungen des Community Calls. Also, wir haben ja immer die Videoaufzeichnungen, die landen auf YouTube, da gibt es ja eine Playlist. Und die Audioaufzeichnungen habe ich bisher einfach immer auf Archive.org geschoben und habe quasi die Suche von Archive.org durch so einen Filter gejagt und dann daraus quasi ein Podcast-Feed zu machen, was ziemlich hässlich ist. Ich hatte jetzt einen zweiten Podcast, der war von dieser Google-Fonts-Geschichte betroffen. Also, diese Abmahnwelle, weiß nicht, ob ihr das gehört habt, mit dem Ulrich Schmidt, dem Podcast, den ich gemacht habe. Und den musste ich umziehen, weil auf WordPress.com, wo wir den gehostet hatten, kriegt man diese Google-Fonts nicht weg, blöderweise. Nur in so einem super teuren Account. Und in dem Zuge habe ich mir Castropod angeguckt. Das ist ein Fediverse-kompatible Podcast-Plattform. Und dahin zieht jetzt quasi der, ist schon sozusagen umgezogen, der Connect-Community-Call auch um. Das, was ich euch erzähle, habe ich hier kurz in dem Post auch geschrieben. Die Links bei Apple Podcasts, Spotify und so habe ich noch nicht geändert. Das schaffe ich entweder heute noch oder nächste Woche dann. Was man dadurch bekommt, ist, auf der einen Seite, dass man dem Podcast folgen kann aus dem Fediverse. Also, wenn ich jetzt hier, ich gehe mal hier auf Mastodon Social und gebe hier oben ein Connect-Community-Call-Podcast-Cognion.io. Dann finde ich den hier, weil Castropod quasi Activity-Pub spricht. Und dann kann ich dem hier folgen, entfolgen. Und dann bekomme ich auf der Fediverse-Seite mit, wenn es neue Episoden gibt. Und es wird auch automatisch ein Player in den Aktivitäten-Strom hier reingerendert. Alternativ wird man dann aber auch, warte mal, das kann ich euch bei dem anderen zeigen. Da gibt es das schon. Knowledge on Air hat man dann hier die Links für Apple Podcasts, für Castro, für Fed, für Spotify, für Pocket Casts. Und ich könnte mir vorstellen, dass man da auch noch mal neben der YouTube-Playlist irgendwie andere Leute findet, die sich das dann auch als Podcast mal anhören. Und da würde ich jetzt auch so Kapitelmarken mal reinmachen, dass man die zu den Themen, wie sie hier quasi sind, in der Agenda auch immer direkt springen kann. Können wir mal ausprobieren. Das ist ein bisschen eh im Fediverse unterwegs seid. Jetzt gerade mit Mindsill 23 und so hat mich einige angesprochen, wie das denn mit Podcasting geht im Fediverse. Da sind wir jetzt, wie gesagt, am Experimentieren. Genau, und dann habe ich noch was Kleines hier. Das fand ich ganz cool. Letztes Jahr im Dezember, Anfang Dezember, war von Scoop und Microsoft das Yammer und Viva Engage Community Festival. Scoop ist so eine Analytics-Firma. Also die machen Analytics auf Basis von Yammer, so Community-Analytics. Und das war deswegen spannend. Wartet mal. Ich kann mal gerade gucken. Scoop. Ist da die URL noch irgendwie drin? Die haben drei Tage gemacht, also fand ich vom Format cool. Drei Tage gemacht in den Zeitzonen Americas, Europe und Asia-Pacific und hatten auch so ein gewisses Kernprogramm, was gleich war und aber auch ein Programm, was dann sozusagen regionspezifisch war. Also wo Cases aus Amerika waren, Cases aus Europa, Cases aus Asien. Das fand ich spannend, wie so Community-Management in den verschiedenen Regionen wahrgenommen wird. Und die haben sie alle rekordet. Und einer von denen, also hier auf der Seite findet man die Recordings, einer von denen ist der Bryce Williams gewesen. Der ist immer noch bei Ellie Lilly. Bryce Williams ist ja der, ich habe den Blog hier mal verlinkt, der damals den Working-Out-Loud-Blog mit der Definition geschrieben hat. Working-Out-Loud is observable work plus narrating your work mit der legendären, hier ist eigentlich das Spaceballs-Video drin, das schreibe ich ihm jetzt gleich mal, weil das hat irgendwie der Rights-Owner schon einmal rausgenommen. Und der hat in seinem Talk ziemlich cool diese Beziehung zwischen Working-Out-Loud, Storytelling, die eigene Stimme finden. Also was ist so quasi die Brücke von diesen Web 2.0, Enterprise 2.0, Working-Out-Loud-Ideen und moderner Technologie wie Microsoft 365, Yammer, Viva, Engage. Die Brücke hat er gebaut und das fand ich klasse, weil er quasi da einfach so ein Urgestein ist, der da von Anfang an dabei ist. Und jetzt so diese alten Ideen, Wissensarbeit sichtbar zu machen, in den Kontext der aktuellen Entwicklungen setzt. Deswegen wollte ich das mal als Anschautipp mitgeben. Von den anderen Talks ist es wie immer. Das Festival ist vorbei, man hat irgendwie eine Liste von Sachen, die man sich anschauen will, aber man kommt irgendwie nicht dazu. Genau. Fragen, ob da die Alexandra von SAP, also irgendwie, ob ihr da mal gesprochen habt, wie wir mit dem weitermachen, das wäre spannend. Können wir aber auch ein andermal machen, weil das vielleicht so ein bisschen was... Oh. War das bei dir? Gerade hat man so ein Klingeln gehört. Ja, okay, du hörst nichts. Na, machen wir das andermal. Fing ich dich mal so an. Genau, dann würde ich sagen, wenn es nichts mehr gibt, viel Spaß im Folgetermin. Marcel, wir sehen uns bestimmt noch zwei dann gleich. Genau. Alles klar. Gut gestartet auf jeden Fall. Vielen Dank für den Überblick zum neuen Jahr. Perfekt. Merci, macht's gut. Schönes Wochenende. Ciao. Tschüss. Gut gestartet auf jeden Fall.